Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr einschaltet. Ich bin's wieder eure Lara. Ich habe heute für euch ein tolles Tabata Workout vorbereitet. Tabata ist ein Hochintensitätsintervalltraining. Immer 20 Sekunden volle Power, eine Übung durchgehen und dann 10 Sekunden kurze Pause. Einmal durchatmen, den Puls wieder regenerieren lassen und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Insgesamt zwei Runden, das heißt wir sind vier Minuten richtig schön beschäftigt. Ich zeige euch dazu vier tolle Übungen, die wir dann noch einmal wiederholen werden. Also, bereit und los geht's! So, wir steigen ein mit der ersten Übung. Ich zeige es euch erstmal. Wir laufen am Platz, dürft gerne boxen, den Bauch richtig schön fest anspannen und richtig Gas geben. Komm, lasst uns das mal 20 Sekunden probieren. So ihr Lieben, schnell mal durchatmen. 10 Sekunden Pause. Die laufen ab jetzt und dann kommt schon Übung Nr. 2. Wir kommen nun zur Übung Nr. 2, das Klappmesser. Hört sich nicht nur gefährlich an, seht selbst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Übung Nummer 3, wir begeben uns in den Blank. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, last but not least schon Übung Nummer 4, den Kiefer. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, ihr Lieben, das war es mit unserem Super Tabata Workout. Ich hoffe, ihr habt gut geschwitzt. Ihr dürft das natürlich nach Belieben wiederholen. Seid schön fleißig, immer schön fit halten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lara.